Gib mir ein F. F. Gib mir ein U. U. Gib mir ein C. C. Gib mir ein K. K. Danke allerseits, damit kann ich arbeiten. Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals. Und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Felix. David. Wir reden heute über Woodstock. Das heißt, wir begeben uns mal wieder in die 60er Jahre. Es geht um Hippies, Politik und um katastrophales Eventmanagement. Woodstock ist ja bis heute sicherlich das berühmteste Musikfestival aller Zeiten. Und der ein oder andere unserer Hörer dürfte vielleicht auch schon die Doku gesehen haben, die damals entstanden ist. Genau. Die war damals ein großer Erfolg. Als sie ins Kino gekommen ist, haben allerdings noch viele wichtige Bandauftritte gefehlt, weil die Rechte mit den Musikern noch nicht geklärt waren. Heute kann man sich dafür den Directors Cut angucken. Aber jetzt zu Woodstock selbst. Das Festival ist ein Schlüsselmoment für die ganze 68er-Bewegung. Aber es ist nicht das erste Hippie-Musikfestival. Am 4th of July Weekend 1969 zum Beispiel, also nur ein paar Wochen vor Woodstock, findet in Atlanta ein solches Festival statt, zu dem über 100.000 Menschen erscheinen. Es spielen unter anderem Johnny Winter, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin und Blood, Sweat & Tears, die auch alle in Woodstock zu sehen sein werden. Außerdem tritt Led Zeppelin auf. Das Festival dauert drei Tage und alles verläuft reibungslos. Es ist allerdings sehr, sehr heiß. Die Feuerwehr schafft Abhilfe, indem sie die Massen mit Wasser bespritzt. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Woodstock braucht denen ja bekanntlich keine Feuerwehr für die Abgehöhung. Die kommt von ganz alleine. Ja, das erledigt der Regen. Dazu sage ich gleich natürlich auch noch was. In Atlanta haben wir also, wie gesagt, ein großes Musikfestival, das prima organisiert ist und ohne Probleme über die Bühne geht. Kurz danach, vom 1. bis zum 3. August, gibt es dann ein Festival in Atlantic City. Auch dahin kommen über 100.000 Leute. Und auch hier ist am Line-Up wirklich nichts auszusetzen. Es spielen Crosby, Stills & Nash und Creedence Clearwater Revival. Beide Bands dann auch in Woodstock zu sehen. Außerdem Chicago, Johnny Mitchell und 29 weitere Bands. Auch in Atlantic City geht alles glatt. Ein paar Zuschauer werden wegen einer Drogenüberdosis behandelt. Aber es ist für alle Eventualitäten vorgesorgt und nichts läuft aus dem Ruder. Die Festivals dieser Zeit sind eigentlich alle ein Erfolg. Für die Bands, für die Veranstalter und für die Zuschauer sowieso. Woodstock ist seit Februar 1969 in Planung. Und zwar entsteht es als Projekt von vier jungen Leuten, die alle Mitte 20 sind. Und zwar sind das John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld und Michael Lang. John Roberts hat das notwendige Startkapital für so einen Unterfangen. Er ist der Sohn eines Drogerie- und Zahnpastamagnaten und verfügt über einen viele Millionen schweren Trust Fund. Er hat die Uni abgeschlossen, hat es in der Armee bis zum Leutnant gebracht und hat in seinem ganzen Leben überhaupt erst ein Konzert besucht. Die Beach Boys nämlich, das war vier Jahre vorher. Also ist er nicht gerade der Archetyp eines Hippies oder auch nur eines großen Musikfans. Ich nehme an, er verspricht sich von einem großen Festival in erster Linie hohe Rendite. Sozusagen. Und das dicke Geschäft bahnt sich auch nicht in einem Musikkeller an, sondern auf einem Golfplatz. Da treffen sich Roberts und Rosenman. Die beiden sind befreundet und Rosenman ist schon eher Hippie und Musikfan als Roberts. Er hat ein Jurastudium in Yale abgeschlossen, aber er arbeitet nicht als Anwalt, sondern er spielt als Gitarrist in einer Loungeband, die durch die Motels des Landes tingelt. Auf dem Golfplatz reden die beiden jetzt wohl zum ersten Mal über die Idee, ein großes Konzert zu organisieren. Rosenman ist auf jeden Fall die treibende Kraft hinter der Idee und kann seinen Kumpel überzeugen. Als Experte kommt Kornfeld dazu. Kornfeld ist Vizepräsident des Musiklabels Capital Records und er selbst hat über 30 Hits geschrieben, darunter den Janet-Dean-Song Dead Man's Curve. Also ist er ein durchaus erfolgreicher Mann aus der Musikindustrie. Nur mit Fachfremden kann man denn so ein Event ja auch nicht planen, das geht ja auch nicht. Genau. Kornfeld spielt dementsprechend auch eine sehr große Rolle bei der Organisation und dazu kommt noch Michael Lang, der später selbst Musikproduzent geworden ist und auch ein Buch über Woodstock geschrieben hat. Der ist eigentlich der einzige richtige Hippie in der Gruppe und er hat sogar schon mal ein Musikfestival organisiert. Das zweitägige Miami Pop Festival im Vorjahr. Da waren immerhin einige 10.000 Leute. Naja, immerhin. Okay, also Capital und Know-how sind jetzt am Start, aber wie kommt man jetzt von Miami auf Woodstock? Das war ja wirklich nur eine Wiese im Nirgendwo, wenn auch in der Nähe von New York. New York ist genau die ausschlaggebende Verbindung. Lang hat zwar eine Weile in Miami gelebt, aber er kommt eigentlich aus Brooklyn und er kennt die Gegend um Woodstock sehr gut, weil er gerade eben erst nach Woodstock gezogen ist. Angezogen von einer kleinen Hippie-Community, zu der auch Bob Dylan gehört. Woodstock ist ein Ort im Bundesstaat New York, in der Nähe der Catskill Mountains. Und in den Catskill Mountains befindet sich zwischen den 20er und 60er Jahren eine beliebte Touristengegend, die besonders gern von der jüdischen Bevölkerung New Yorks genutzt wird, weshalb der Volksmund auch gern von Borschtbelt, also Borschtgürtel, oder von Jiddisch Alps, also den jüdischen Alpen, spricht. In seinen Glanzzeiten gibt es in der Gegend um die 500 Hotels. Lang selbst ist aus einer jüdischen Familie, ebenso wie auch die anderen drei Organisatoren übrigens. Die Gegend ist ihm also auch nicht erst seit 1968 halbwegs geläufig. Entsprechend kommt ihm die Idee, dass man im Flachland am Fuß der Catskill Mountains durchaus eine große Menschenmenge versammeln könnte. Woodstock ist 98 Meilen von New York entfernt, also nah genug, um die Jugend der dicht besiedelten Vorstädte anzulocken. Und auch Boston und Washington sind nicht allzu weit entfernt. Die vier jungen Männer treffen sich ein paar Mal und sind sich schon bald einig. Sie gründen eine gemeinsame Firma, die Woodstock Ventures, und sie machen sich an die Arbeit. Auf jeden Fall legen sie sich ja anscheinend sehr früh auf Woodstock als Ort fest. Was ist denn eigentlich die Zielvorstellung? Du hast ja gerade gesagt, dass bei vergleichbaren Festivals so um die 100.000 Leute es scheinen. Ist das für Woodstock auch angedacht oder planen die vier jetzt schon größer? Nicht so groß, wie es dann geworden ist, aber sie planen wirklich größer, ja. Über 200.000 Besucher hätten sie gern in Woodstock. Der Gedanke ist der, dass sie bei 200.000 Leuten die Ticketpreise relativ niedrig halten und die Bands trotzdem sehr gut bezahlen können, sodass auch die großen Namen kommen. Die Bands sollen also kommen, weil sie hohe Gagen kriegen und die Besucher sollen kommen, weil so viele großartige Bands zu sehen sein werden. Also sollen viele Leute Tickets kaufen, damit die Bands bezahlt werden können, die ihrerseits aber auch kommen müssen, damit viele Leute angelockt werden können. Mit anderen Worten ist eine hochkarätige Veranstaltung geplant und es muss eine Menge Kapital vorgeschossen werden. Richtig. Insgesamt wird Woodstock Ventures über 180.000 Dollar für Gagen ausgeben. Dabei zahlen sie deutlich oberhalb der üblichen Summen. Nach heutiger Kaufkraft wäre das irgendwo bei 1,5 Millionen Dollar. Die Logik dahinter ist die, dass die großen Bands eher zögerlich reagieren werden, wenn völlige Newcomer ein solches Riesenfest organisieren wollen. Wie gesagt, Lengen hat in Miami einige Leute versammelt und übrigens auch Jimi Hendrix und John Lee Hooker gebucht. Aber das ist eben doch noch eine Liga unter dem, was die vier jetzt vorhaben. Deshalb wollen sie einfach so viel Geld auf den Tisch legen, dass die Stars nicht Nein sagen können. Die meisten bekommen schlicht das Doppelte von dem, was sie normalerweise für ein Konzert kriegen würden. Und Jimi Hendrix bekommt die Rekordgage von 32.000 Dollar für seinen Auftritt. Nicht wenig Geld. Die Stars sagen also zu bekanntermaßen, sind in Woodstock ja wirklich fast alle großen Namen der Zeit vertreten. Genau. Die Strategie geht letztlich auf. Aber was den Veranstaltungsort angeht, gibt es Probleme. Lang und Kornfeld treten an die Stadtverwaltung von Woodstock heran und legen einen Plan für die Organisation des Festivals vor. Aber was sich die vier Männer vorgenommen haben, interessiert in Woodstock im Detail eigentlich niemanden. Alles, was man dort hört, ist, hunderttausende Hippies sollen in den Ort kommen. Und da bekommen die Verantwortlichen das Gruseln. Das will die Kleinstadt nämlich gar nicht. Entsprechend kommt prompt die Absage. Das Woodstock-Festival der Woodstock-Ventures darf also nicht in Woodstock stattfinden. Das ist natürlich ein übler Fehlschlag, aber irgendwie kriegen sie es ja dann noch hin. Wir wissen ja, Woodstock hat tatsächlich stattgefunden. Ja, aber nicht in Woodstock. Obwohl Bob Dylan Bürger von Woodstock ist, bleiben für die Hippies die Tore geschlossen. Die vier Organisatoren müssen sich einen neuen Veranstaltungsort suchen. Aber die Poster, Flyer und Tickets sind da längst gedruckt. Das Festival bleibt also das Woodstock-Festival. Genauer gesagt wird es unter dem folgenden Titel beworben. Woodstock Music and Art Fair – Three Days of Peace and Music. Three Days of Peace and Music, so heißt denn ja auch die Doku, oder? Genau. Okay, Woodstock findet also nicht in Woodstock statt, aber wo dann? Tja, also eine neue Gegend suchen sie sich jetzt nicht aus, sondern sie schauen weiter in derselben Region. Als nächstes fragen sie in Walkhill nach. Und da zeigt man sich zumindest einigermaßen offen für die Idee. Konkret werden jetzt Pläne entworfen, denen zufolge das Woodstock-Festival auf dem Gelände des Mills Industrial Park stattfinden soll. Also in einem Gewerbegebiet. Also weit weg von den Kuhweiden, wo das Ganze denn tatsächlich stattfinden wird. Richtig. Bei dem Plan bleibt es nämlich nicht. Es gibt Streitigkeiten wegen der genauen Flächennutzung. Und das wiederum führt schließlich dazu, dass die Gemeinde einen Rückzieher macht. Das ist für die Organisatoren zwar erstmal ein Rückschlag, aber auf der anderen Seite sind sie eigentlich ganz froh drüber. Laut Lang ist die Atmosphäre gegen Ende der Verhandlungen so verdorben gewesen, dass er schon Polizisten mit Gasmasken zum Festival anrücken sieht. Überhaupt bekommen die Organisatoren zu spüren, dass man sie in Walkhill eigentlich auch nicht haben will. Lee Meckler-Blumer, die sie für die Bereiche Sicherheit und Kommunikation eingestellt haben, bekommt Gespräche mit, bei denen sich Anwohner über Hippies auslassen und erklären, sie würden die Ersten, die in die Stadt kämen, einfach erschießen. Die Suche geht also weiter. Die ganze Region wird abgegrast und endlich wird man in der Nähe der Gemeinde Bethel fündig. Genauer gesagt läuft es wohl so ab, dass Langs Assistentin Tisha Benneth Agri einen Anruf von einem gewissen Elliot Tiber bekommt. Der junge Mann sympathisiert mit dem Festivalprojekt und stellt eigenes Land zur Nutzung in Aussicht. Zwar erweist sich das Gelände als ungeeignet, aber auf der Fahrt durch die Umgebung fällt Lang eine traumhafte Wiese ins Auge, die er unbedingt nutzen will. Und ich nehme an, das ist jetzt jede Wiese, die sich bald in ein großes Schlammbad verwandeln wird. So ist es. Die Wiese gehört dem Milchbauern Max Jasker und nach einem freundlichen Gespräch mit Jasker steht tatsächlich ein Deal. Für die Nutzung von 2,5 Quadratkilometern Weideland kriegt der Bauer 50.000 Dollar und die Garantie, dass Schäden bis zu einer Höhe von 75.000 Dollar ebenfalls bezahlt werden. Okay, aber kommt man auf diesen direkten Weg dann um die Verhandlung mit einer argwöhnischen Gemeindeverwaltung herum? Man braucht doch sicher irgendeine Art von Genehmigung. Ja, richtig. Nein, man kommt nicht drum rum. In Bethel stehen die Leute der Festivalidee mindestens genauso ablehnend gegenüber wie in Walk Hill. Und bald gibt es auch im Town Council, also im Gemeinderat, den Vorstoß, das Festival zu verbieten. Aber da hilft zum einen Langs Verhandlungsgeschick und zum anderen der gerade erwähnte hilfreiche Anwohner, Elliot Tiber. Der sitzt nämlich in der hiesigen Handelskammer, die Genehmigungen für Kulturveranstaltungen ausstellt. Ja, das wäre sicher überaus hilfreich. Ja. Aber damit ist die Sache trotzdem noch nicht durch. Viele Bewohner der Gegend sind ganz und gar nicht damit einverstanden, was dann ihrer Nachbarschaft passieren soll. Schilder werden aufgestellt, auch auf Jaskers Land, auf denen die Absage des Festivals gefordert wird. Außerdem ist da zu lesen, Jasker habe aus purem Egoismus seine Gemeinde hintergangen. Der harte Kern des Widerstands ist das umgehend gebildete Concerned Citizens Committee, also das Komitee besorgter Bürger. Das Komitee hat ungefähr 2000 Mitglieder. Aus den Reihen des Komitees kommt wahrscheinlich auch ein anonym aufgestelltes großes Plakat an prominenter Stelle, auf dem zu lesen ist, Letztlich ist das natürlich ein Boykottaufruf, der sich direkt an Jaskers Molkereibetrieb richtet. Damit soll der Milchbauer zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Aber da hören die Bemühungen nicht auf. Anonyme Anrufer bedrohen Jasker und auch auf der Straße wird er angegangen. Nachbarn, die sich vor einer Hippie-Invasion fürchten, drohen damit, seinen Hof in die Luft zu sprengen. Auch Elliot Tiber wird bedroht. Man werde ihm die Beine brechen. Und die Beleidigungen sind teilweise sehr drastisch und nicht zuletzt oft antisemitisch. Nicht nur die Organisatoren sind nämlich Juden. Jasker und Tiber sind es auch. Also ist zum Auftakt des Festivals die Stimmung in der Gegend vergiftet. Und kommt es in einem Vorfeld tatsächlich zu Gewalt? Nein, es bleibt bei den üblen Drohungen. Auf jeden Fall bleibt aus der Sicht der Organisatoren bis zum letzten Moment zu befürchten, dass Jasker aus Angst einknickt und das Festival aufkündigt. Das macht er aber nicht. Er bleibt standhaft und öffnet den Hippies seine Tore. Also im übertragenen Sinne. Tore gibt es nicht. Dazu kommen wir gleich auch noch. Der entsteht also dem Woodstock Festival, das nicht in Woodstock stattfindet, nichts mehr im Weg. Außer Organisationsprobleme. Und zu denen kommen wir jetzt. Zum einen sei etwas über den Andrang gesagt. Drei Wochen vor Beginn des Festivals sind bereits 186.000 Tickets verkauft worden. Die Tickets sind, wie gesagt, verhältnismäßig günstig. Ein Ticket kostet 18 Dollar im Vorverkauf. Das muss man ungefähr mal 10 nehmen, wenn man auf die heutige Kaufkraft kommen will. Und vor Ort sollen Tickets 24 Dollar kosten. Für die wichtigste Zielgruppe, junge Leute aus New Yorker Vorstädten, ist das finanzierbar. Und der Anreiz, an diesem Festival teilzunehmen, ist wirklich gewaltig. Du hast es schon erwähnt. Viele der größten und wichtigsten Stars der Zeit werden in Woodstock zu sehen sein. Nicht alle. Die Beatles nicht, weil sie gerade damit beschäftigt sind zu zerfallen. Die Stones nicht, weil sie gerade ihre berühmt-berüchtigt gewordene Tournee vorbereiten. Und Bob Dylan auch nicht. Der wohnt zwar nebenan, kann aber nach seinem schweren Motorradunfall noch nicht wieder auftreten. Dieser Unfall scheint ja ein einschneidendes Ereignis in seinem Leben gewesen zu sein. Ja. Und es ist nachher viel darüber spekuliert worden, was da genau vorgefallen ist. Auf jeden Fall zieht er sich nach dem Unfall lange zurück. Und es ist gut möglich, dass diese Ruhepause ihm das Leben gerettet hat. Er ist nämlich an einem Punkt in seiner steilen Karriere angekommen gewesen, wo sich gewisse selbstzerstörerische Effekte einstellen. In Woodstock, also in seinem Zuhause, nicht auf dem Festival, schreibt er dann viel und leitet im Grunde eine neue Schaffensphase ein. Aber beim Festival tritt er, wie gesagt, noch nicht wieder auf. Die genannten großen Namen sind also in Woodstock nicht zu sehen, aber sehr, sehr viele andere. Für die Musik lohnt sich der Besuch allemal. Aber es geht bei Woodstock nicht nur um die Musik. So will es zumindest die Marketingkampagne von Woodstock Ventures. Es geht um das Zusammentreffen der Hippies. Das Festival soll gewissermaßen ein riesiges Picknick werden, wo die Hippies ihre Gegenkultur zelebrieren können. Der Untertitel Three Days of Peace and Music und die Friedenstaube auf dem Poster stellen klar den Zusammenhang zur Anti-Vietnam-Kriegsbewegung her. Und all das zusammen erzeugt eine gewaltige Nachfrage. Richtig. Wie gesagt, drei Wochen vor Beginn, 186.000 Tickets allein im Vorverkauf. Das übersteigt die Befürchtung der Anwohner schon deutlich. Und es ist nah an der Zielvorstellung der Organisatoren. Es erscheiden denen aber natürlich deutlich mehr Leute. Allerdings, es wird richtig, richtig voll. Und zwar zuallererst nicht einmal auf dem Festivalgelände, sondern auf den Straßen. Es wird der größte Stau in der Geschichte des Bundesstaates New York. In einem Radius von über 30 Kilometern um die Wiese geht nichts mehr. Von New York aus würde der Weg bei normalen Bedingungen ungefähr zwei Stunden dauern. Jetzt dauert er fünf bis acht Stunden. Den Organisatoren wird klar, dass sich da eine Menschenmenge auf sie zubewegt, mit der sie nicht gerechnet haben. Gerade haben sie sich noch über das Riesengeschäft gefreut, das sie da machen werden. Und jetzt wird ihnen unheimlich. Weil, was ihre Kapazitäten übersteigt, kann leicht zu einer Katastrophe werden. Aus den Reihen von Woodstock Ventures werden jetzt ernsthaft Nachrichten über Radio und Fernsehen verbreitet, in denen die Leute wegen des Staus aufgefordert werden, den Weg zum Festival abzubrechen oder gar nicht erst den Versuch zu unternehmen anzureisen. Wesley Pomeroy, der inzwischen hauptverantwortlich für die Sicherheit beim Festival ist, sagt der Presse. Jeder, der jetzt versucht herzukommen, ist verrückt. Das ist definitiv keine Kaufempfehlung mehr. Aber gerade wenn sich ein Hype von solchem Ausmaß entfaltet, wird es ja nun mal schwierig, die Leute zur Rückkehr, zur Umkehr zu bewegen. Ja, die wenigsten fahren wieder nach Hause. Und natürlich gibt es nicht nur auf Seiten der Organisatorenbefürchtungen, dass die Lage aus dem Ruder laufen wird. Aber wie sich zeigt, bleibt alles friedlich. Die Besucher stehen geduldig im Stau, steigen irgendwann aus, spielen Musik, teilen ihren Proviant miteinander oder machen sich, wenn sie schon nah genug dran sind, zu Fuß auf den Weg zur Festivalwiese. Die große Hippie-Versammlung, auf die sich alle gefreut haben, wird sozusagen auf die Straßen vorverlegt. Und auch die Polizisten, die alles überwachen, verhalten sich durchweg freundlich. Teilweise sehr zum Erstaunen der Gäste. Und auch die Polizisten sind von der Freundlichkeit der Hippies angetan. Niemand ruft Bullen, Schweine und alle sind ausgesucht höflich. Also kommt es zumindest auf den Straßen von New York State nicht zur Katastrophe. Aber die Sorge von einer Überlastung der Kapazitäten wird ja erst auf der Festivalwiese so richtig konkret. Wie viele Leute kommen denn jetzt eigentlich insgesamt? Tja, an der Anzahl der verkauften Tickets kann man das nicht ermitteln. Dazu komme ich gleich. Auf die Festivalwiese mögen es bis zu 400.000 Leute geschafft haben. Für so viele Leute gibt es weder genug Toiletten noch genug Wasser und Verpflegung. Aber der Organisationsfehler, der als erstes zutage tritt, hat eigentlich nichts mit der Zahl der Besucher zu tun. Die mangelhafte Umzäunung nämlich. Als am Freitagnachmittag die ersten 50.000 Leute eintreffen, ist der Zaun noch nicht fertig. Während die Besucher also auf die Wiese strömen und sich dort häuslich einrichten, wird um sie herum der Zaun gebaut, wenn auch eher provisorisch. Aber als er fertig ist, wird den Organisatoren klar, dass man jetzt nicht 50.000 Leute wieder von der Wiese vertreiben kann, um dann am Tor ihre Tickets zu kontrollieren. Oder denen, die keine Tickets haben, welche zu verkaufen. Während noch hin und her überlegt wird, reißen einige zahlungsunwillige Besucher Teile des Zaunes ein und die Wartenden strömen ebenfalls auf die Wiese. Es gibt nicht genug Sicherheitsleute, entsprechend ist auch das Eingangstor verwaist. Die Leute spazieren einfach aufs Gelände und damit ist die Entscheidung letztlich gefallen. Woodstock wird ein Gratis-Event. Damit ist das Investment unserer vier Organisatoren doch dahin. Also abgesehen von dem Geld, das man schon im Vorverkauf eingenommen hat. Richtig. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die schon angesprochene Doku, die parallel zum Festival gedreht wird, im Kino genug Geld einspielen wird, um das auszugleichen. Der Film wird dann ja tatsächlich relativ erfolgreich, ne? Ja, sehr. Für den Schnitt ist übrigens unter anderem ein gewisser Martin Scorsese verantwortlich. Damals 26 Jahre alt. Jedenfalls kann das Festival jetzt beginnen. Natürlich ist der Großteil der Besucher noch nicht da. Entsprechend ist auch die Überlastung noch kein Problem, aber es sind auch noch keine Bands da. Denn die sind wo? Die stehen natürlich im Stau mit allen anderen auch. Korrekt. Zum geplanten Konzertstart ist also niemand da. Auf der Bühne gibt es jetzt erstmal Yoga. Die Gäste richten sich auf der Wiese ein, rauchen Marihuana und schließen neue Freundschaften. Auch nach dem Stau sind alle sehr geduldig. Irgendwann wird dann ein Hubschrauber ausgeschickt, um nach der Band Sweetwater zu suchen, die Woodstock eigentlich eröffnen soll und die, wie fast alle anderen Bands, im Stau steckt. Es wird erwogen, Tim Harden das Festival eröffnen zu lassen, aber der ist viel zu sehr auf Drogen, um auftreten zu können. Zweite Wahl sind der schwarze Folk-Sänger Richie Havens und seine Band. Die sollten eigentlich erst an Tag zwei auftreten, aber sie sind bereit und springen in die Bresche. Es folgt ein dreistündiges Konzert, bei dem sie ihr komplettes Repertoire spielen. Danach fängt Havens an zu improvisieren. Basierend auf dem Lied Motherless Child entsteht die erste Woodstock-Hymne, Freedom. Währenddessen füllt sich das Gelände und auch weitere Bands treffen endlich ein. Naja, nach den ersten Anfangsschwierigkeiten kann es jetzt richtig losgehen. Aber je mehr Leute eintreffen, desto spürbarer dürfte ja auch geworden sein, dass die Kapazitätsgrenze der Wiese bei weitem überschritten worden ist. Das stimmt. Schon bevor Havens mit seinem Konzert losgelegt hat, hat sich Michael Lang an die Gäste gewandt und sie dazu aufgefordert, Verpflegung miteinander zu teilen. Also werden die Gürtel von Anfang an enger geschnallt. Zumindest sind jetzt alle vorgewarnt. Jo, aber die Speisung der 5000, beziehungsweise die Speisung der 400.000 wird dadurch nicht leichter. Am ersten Tag verzehren die Gäste eine halbe Million Hamburger und Hotdogs. Damit ist das zur Verfügung gestellte Essen fast alle. Und das gilt auch für das Trinkwasser. Ähnlich schlecht ist die Versorgungslage bei den sanitären Einrichtungen. Es gibt viel zu wenige Toiletten, auch weil mehrere Firmen nicht geliefert haben. Wer aufs Klo muss, wartet entweder über eine Stunde oder geht eben in die Felder. Die vorhandenen Klos laufen bald über. Die Hygiene ist also eine Katastrophe. Auf den umliegenden Wiesen sammeln sich nicht nur Leute auf der Suche nach einem stillen Plätzchen, sondern auch solche, die versuchen wollen, die Kühe der Gegend zu melken oder Mais zu ernten und zu braten. Naja, wir wissen ja aus dem Mittelalter, wer so viele Leute an einem Ort versammelt, der muss sich wohl auch um die Verpflegung Gedanken machen. Und ein marschierendes Heer lebt am besten vom Land, auf dem es marschiert. Auf jeden Fall bahnt sich da relativ schnell ein Notstand an. So ist es. Und das entgeht auch den Behörden nicht. Es soll der Notstand ausgerufen werden. Und der Gouverneur Nelson Rockefeller will 10.000 Nationalgardisten zum Festival schicken, um zu helfen. Die schickt er aber nicht einfach auf den Weg, sondern er meldet sich zuerst telefonisch bei den Organisatoren. Und Roberts kann ihn überzeugen, keine Truppen zu schicken. Und zwar mit der Begründung, dass die Konzertbesucher schlecht auf die Ankunft der Nationalgarde reagieren würden. Hintergrund dazu sind natürlich die politischen Proteste der Zeit gegen den Vietnamkrieg und so weiter. Mehr dazu hört in unserer Bobby-Kennedy-Folge. Genau. Die Nationalgarde kommt also nicht. Trotzdem kann bald Abhilfe geschaffen werden. Zum einen spielen die Mitglieder einer Hippie-Kommune namens Hog Farm eine große Rolle. Die Hog Farm, also Schweinefarm, ist 1965 auf dem Gelände einer tatsächlichen Schweinefarm entstanden. Und die Mitglieder der Kommune übernehmen in Woodstock mehrere Aufgaben. Besonders wichtig wird die Verpflegung. Mit den Mitteln, die sie heranschaffen können, wird für die Massen gekocht und so der Notstand gelindert. Dazu kommt die beschworene Solidarität unter den Gästen. Wer reichlich Proviant von zu Hause mitgebracht hat, teilt brüderlich mit seinen neuen Freunden. Natürlich gibt es auch solche, die sich die Notsituation zunutze machen und Wasser und Verpflegung zu Wucherpreisen anbieten. Aber diese Versuche werden relativ schnell unterbunden. Insgesamt funktioniert das Prinzip des Teilens wirklich sehr gut. Überdies bekommen die Hippies Hilfe von vielleicht etwas unerwarteter Seite. Und zwar engagieren sich jetzt die Anwohner. Die stellen fest, dass die jungen Leute eigentlich ganz nett sind und machen sich daran, die Hungrigen mit Essen zu versorgen. In ihren Gärten drehen sie außerdem die Wasserschläuche auf, damit die Hilfesuchenden ihren Durst stillen können. Na, das ist doch mal eine schöne Wendung jetzt. Die misstrauische Landbevölkerung verköstigt die Hippies. Kommen die Organisatoren auf diese Weise denn tatsächlich durch die 3-Tage-Festival durch? Oder bekommen sie irgendwann doch nochmal den Unmut der Gäste zu spüren? Wobei man sich beim Gratis-Event ja schlecht beschweren kann. Erstens das. Und zweitens haben der Notstand und die Aufrufe zur Solidarität eine gemeinschaftsbildende Wirkung auf die Festivalgäste. Man darf nicht vergessen, dass es vielen Gästen nicht allein um die Musik geht, sondern um die Versammlung von Menschen, die die gleichen politischen und gesellschaftlichen Ideale haben, die an Utopien glauben wollen, die pazifistisch sind und so weiter. Dass ihnen also ungefragt diese Aufgabe übertragen wird, also die Aufgabe, einander zu helfen und zu versorgen, verstärkt in vielen das Gefühl, genau am richtigen Ort gelandet zu sein. In Woodstock kümmern sich die Menschen umeinander und alles ist irgendwie anders. Dazu kommen natürlich die Drogen. Du meinst, die sorgen für eine entspanntere Sicht auf die Dinge? Der Drogenkonsum ist, wie man sich vorstellen kann, extrem. Die New York Times schätzt, dass 99% der Anwesenden Marihuana rauchen. Mit anderen Worten, Drogen sind in Woodstock allgegenwärtig. Sie werden ganz offen angepriesen. Und die Polizisten außer Dienst, die als Sicherheitsleute angestellt worden sind, haben die Order, das alles zu ignorieren und dazu noch freundlich zu lächeln. Das wiederum ermutigt auch diejenigen, die sich sonst vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit getraut hätten zu rauchen. All das bleibt weitgehend folgenlos. Es gibt zwar Gerüchte über schlechte Drogen, die auf dem Gelände verkauft werden und von denen man besser die Finger lassen sollte, aber schwerere Schäden entstehen wohl fast keine. 800 Leute werden wegen verschiedener Symptome behandelt, die auf Drogenkonsum zurückgeführt werden können. Und es gibt einen Toten. Ursache Heroinüberdosis. Das ist natürlich tragisch. Aber ein Tote auf 400.000 Besucher klingt zumindest nicht nach einer großen Katastrophe. Es gibt noch einen weiteren Toten. Ein Festivalbesucher wird in der Nähe versehentlich von einem Traktor erfasst. Okay, ein Unfall also. Jedenfalls gibt es keine Gewaltausbrüche oder massenweise kollabierende Hippies, wie sich das der Gouverneur vielleicht schon ausgemalt hat. Nein, Woodstock bleibt gewaltfrei. Also haben die angeheuerten Polizisten auch nicht wirklich viel zu tun. Das stimmt. Die Polizisten, die auf dem Woodstock Festival arbeiten, haben sich übrigens alle über einen Befehl ihres Vorgesetzten hinweggesetzt. Die Einstellung von Sicherheitspersonal ist nämlich eines der zahlreichen Probleme des Festivals. Eigentlich wollte man nämlich mehr Polizisten außer Dienst anheuern. Aber einen Tag vor Festivalbeginn verbietet Commissioner Howard R. Leary seinen Leuten in Woodstock zu arbeiten. Die 200 Polizisten, die trotzdem kommen, widersetzen sich also dem Befehl. Den Rest der Sicherheitstruppe bilden wiederum Mitglieder der erwähnten Hawk Farm Kommune. Na, das ist doch mal eine schöne Allianz, nicht? Allerdings. Aber die Polizisten in Woodstock sind alle sehr umgänglich und nicht darauf aus, die Hippies zu drangsalieren. Ungeeignete Bewerber sind vorher aussortiert worden. Okay, die Erfahrung, die die Besucher mit Polizisten machen, ist also weiterhin durchweg positiv. Ja. Und auch der Eindruck, den die Polizisten von den Festivalbesuchern bekommen, bleibt positiv. Jedenfalls können weder der Mangel an Verpflegung noch der Mangel an sanitären Einrichtungen das Festival aufhalten. Womit ich jetzt auch wieder etwas zu den Bands sagen will. Ich hatte erwähnt, dass Richie Havens Woodstock mit einem denkwürdigen, dreistündigen Konzert einläutet. Aber wie es danach weitergeht, ist in der Literatur etwas uneinheitlich. Klar ist, dass die Organisatoren nicht nur mit dem frühen Einsatz von Havens improvisieren, sondern dass es noch weiterer hilfreicher Kollegen bedarf, damit die Show wirklich weitergehen kann. Da ist zum einen Country Joe McDonald, der Psychedelic Rock macht. Er soll eigentlich auch erst viel später mit seiner Band auftreten und steht als Zuschauer im Publikum, als er gefragt wird, ob er einspringen will. Er will eigentlich überhaupt nicht, lässt sich aber überreden und spielt dann ein halbstündiges Set, bei dem er wohl irgendwie das Gefühl hat, das Publikum nicht so recht zu erreichen. Er versucht also was Neues. Gebt mir ein F, ruft er. F wiederholt das Publikum. Auf diese Weise lässt er die Zuschauer Fuck You buchstabieren und rufen. Und damit ist die nächste Woodstock-Hymne geboren, der I'm-Fixing-to-Die-Rag. Das war natürlich ein zelebrierter Tabubruch zu der Zeit. Fuck You durfte man da nicht einfach so vor sich hinsingen. Schon gar nicht umgeben von schönen Kuhweiden. Frage David, müssen wir jetzt eigentlich bei Polygy freizügige Sprache ankreuzen, wenn wir die Folge hochladen? Beim Zitieren historischer Quellen bestimmt nicht, oder? Jedenfalls gibt es auch noch einen dritten Auftritt außerhalb der Reihe. John Sebastian, der Gründer, Gitarrist und Sänger der Band Love & Spoonful, der steht auch gerade als Zuschauer vor der Bühne, als er gebeten wird einzuspringen und er sagt zu, ist aber völlig bekifft, vergisst immer wieder den Text und schafft es nur mit Hilfe des Publikums durch seinen Auftritt. Das größte Problem für den planmäßigen Ablauf des Festivals sind, wie gesagt, die Staus. Aber Hubschrauber der Armee helfen bald, die Bands und ihr Equipment auf das Gelände zu bringen und irgendwann kann es dann planmäßig weitergehen. Mehr oder weniger jedenfalls. Carlos Santana hätte wegen seines Drogenkonsums fast nicht auftreten können. Janis Joplin ist stark alkoholisiert. Der Manager von The Who will Vorkasse sehen. Und auch der Auftritt von Cant Heat wäre fast gescheitert. Und dann kommt ja auch irgendwann der Regen. Die meisten Hörer kennen sicher die Aufnahmen von den Matfrutschen. Genau. Tatsächlich ist es nicht nur ein Regen, sondern ein waschechtes Gewitter. Und ein Gewitter ist natürlich nicht ungefährlich, wenn man ohne jeden Schutz auf einer Kuhweide steht. Damit hat Woodstock also die nächste Gelegenheit, in einer Katastrophe zu sein. Du sagst es. Die Musiker müssen von der Bühne und in kürzester Zeit ist die Wiese ein Sumpf. Aber die Gefahr geht natürlich nicht vom Schlamm aus, sondern von den Blitzen. Besonders groß ist das Risiko für die Leute, die sich in der Umgebung der großen Scheinwürfertürme befinden. Die Dinger schwanken im Sturm bedenklich hin und her. Und zu allem Übel sitzen auf den Türmen ebenfalls viele Menschen, die darauf geklettert sind, um sich eine bessere Aussicht zu verschaffen. Auch von schlecht isolierten Kabeln geht eine Gefahr aus. Durchsagen werden aber ignoriert. Und wahrscheinlich hätte man eh das ganze Areal räumen müssen. Stattdessen warten alle ab, bis es vorbei ist. Und zur großen Erleichterung der Organisatoren passiert nichts. Das Gewitter zieht vorbei und alles geht gut. Ich denke gerade an die Bilder vom Deutschland-Weikspiel vor kurzem. Da mussten ja auch reihenweise die Public-Viewing-Partys geräumt werden. Jo, ich war in der folgenden Nacht campen. Das war auch spannend. Ja, warum machst du noch sowas damit? Ja, jedenfalls wird der Konzertverlauf durch das Gewitter um mehrere Stunden nach hinten verschoben. Das Festival endet deshalb nicht am Sonntagabend, sondern Montagfrüh. The Who, Santana, The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Blood, Sweat & Tears, Johnny Winter, Creedence Clearwater Revival und Shanana geleiten die ungebrochen euphorische Menge durch das Gewitter und aus ihm hinaus. Tief in der Nacht werden dann allerdings viele von der Müdigkeit übermannt. John Fogarty, der Gründer von Creedence Clearwater Revival, erinnert sich später, Zitat, Wir waren bereit zu rocken und warteten und warteten und endlich waren wir an der Reihe. Es war drei Uhr morgens und zu dem Zeitpunkt war eine halbe Million Leute eingeschlafen. Die waren völlig weg. Es war irgendwie wie ein Gemälde einer Dante-Szene, lauter Körper aus der Hölle. Alle ineinander verschlungen und schlafend, bedeckt mit Schlamm. Und das ist der Moment, an den ich mich erinnern werde, solange ich lebe. Eine Viertelmeile entfernt, in der Dunkelheit, am anderen Ende dieser Schüssel, hat ein Typ sein Feuerzeug angeknipst und durch die Nacht höre ich, mach dir nichts draus, John, wir sind bei dir. Den Rest der Show habe ich für diesen Typen gespielt. Zitat Ende. Interessant. Man hätte um drei Uhr morgens ja auch mal eine Pause machen können. Aber das Bild ist natürlich sehr eindrücklich, das er da schildert. Kein glorifiziertes Bild auf jeden Fall, sondern eher ein düsteres. Besonders düster ist die Sicht von Pete Townsend, dem Hirn- und Gitarristen von The Who. Der schreibt das Lied Baba O'Reilly, das viele als Teenage Wasteland kennen. Das ist teilweise auch eine Verurteilung des Woodstock-Publikums, zu der ihn diese Dante-Szene getrieben hat. Townsend hat später dazu gesagt, Zitat, Diese vollständige Trostlosigkeit der Teenager bei Woodstock, wo das Publikum völlig zugedröhnt auf Acid war und 20 Leute Hirnschäden davon getragen haben. Die Ironie ist, dass einige Hörer das Lied als Hymne dieser Teenager verstanden haben. Zitat Ende. Townsend war wohlgemerkt auch kein Hippie, sondern ein Mod. Das waren die, die sich regelmäßig mit den Rockern Straßenschlachten geliefert haben. Ja, auch die 60er waren schon voll von Subkultur. Korrekt. Also vor den Bands, die durch die Nacht und in den Morgen hineinspielen, breitet sich jetzt das Teenage Wasteland aus und das Festival nähert sich jetzt langsam seinem Ende. So ist es. Wer am Morgengrauen noch in Woodstock und dazu noch wach ist, der bekommt den letzten Auftritt des Festivals zu sehen. Jimi Hendrix gibt vor etwa 30.000 Zuschauern ein denkwürdiges Konzert, dessen Höhepunkt seine Interpretation der US-amerikanischen Nationalhymne ist. So wie er sie schon fünf Monate zuvor auf dem Los Angeles Forum und im Juni beim Denver Pop Festival zum Besten gegeben hat. Indem er das Kreischen fallender Bomben nachahmt, trifft er den Kern der in Woodstock versammelten Hippie-Bewegung. Das Gefühl, dass sich der amerikanische Traum als Albtraum entpuppt hat, aus dem man erwachen will. Dass es aber auch einen Plan gibt, wie das zu tun ist. Mit Frieden und Musik nämlich. Damit haben Woodstocks Organisatoren ja geworben. Und die meisten Zuschauer haben auf dem Festival wirklich das Gefühl bekommen, dass es Hoffnung auf eine bessere, friedlichere Welt gibt, der die utopischen Ideen junger Menschen verwirklicht werden können. Das hat Woodstock ja letztlich herausgemacht. Dass es für die Besucher und auch für alle Hippies auf der ganzen Welt, die nicht da waren, mehr bedeutet hat als andere Festivals und Konzerte. Das ist zumindest die Erzählung, die die begeisterten Festivalgäste und Journalisten ins ganze Land und in die Welt hinaustragen. Aber man darf auch nicht auf die Idee kommen, dass das, was auf der Bühne passiert ist, besonders politisch gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Die Mehrheit der Bands hält sich von politischen Themen vollständig fern. Und auch im Publikum wird nicht nur von Utopien geträumt. Viele sind wirklich einfach nur da, um großartige Musik zu hören und die Freiheit, jenseits der Vorstädte zu genießen. Klar, das waren jetzt nicht 400.000 Blumenkinder, die da waren. Nein. Aber für die euphorischsten Hippies bedeutet Woodstock natürlich mehr als für alle anderen. Und diejenigen, die in Woodstock etwas ganz Besonderes gefunden zu haben glauben, wollen das Festival gar nicht enden lassen. Wer bis zum Montag geblieben ist, kann sich dann auch gar nicht von der Bühne trennen. Mehr, mehr, mehr skandieren Tausende. Aber mehr gibt's nicht. Nach und nach leert sich die Wiese. Von lächelnden Polizisten verabschiedet, die ihnen das Peace-Zeichen entgegenrecken, machen sich die letzten Gäste auf den Heimweg. Wehmütig, begeistert, hoffnungsvoll. Und die Hoffnung ist nicht völlig unbegründet. Die Hippies haben beim Woodstock-Festival nicht nur ihre Gegenkultur feiern können, sie haben auch ein Gefühl dafür bekommen, wie viele sie eigentlich sind. Was sie noch nicht wissen können, die Weltöffentlichkeit sieht in Woodstock wirklich ein Signal. Eine Machtdemonstration einer ganzen Generation. Die Presse, die während des Festivals teilweise voller Entsetzen über das Chaos und den Dreck geschrieben hat, beginnt jetzt, Woodstock als Triumph der Hippie-Bewegung zu deuten. Da hilft es denn sicherlich, dass die Landbevölkerung und die Polizei gleichermaßen so zufrieden mit den Jugendfestival-Besuchern gewesen sind. Klar. Dass Musik gehört und Marihuana geraucht würde, das hat man auch vorher gewusst. Aber der friedliche und freundliche Umgang überrascht viele. Die Hippies haben trotz aller Hindernisse eine denkwürdige Versammlung abgehalten. Ohne Gewalt und ohne Aggression. Dafür mit Geduld, Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und damit ist der Mythos Woodstock eigentlich schon geboren, lange bevor die erwähnte Doku erscheint. Die verleiht dem Mythos denn ja nun wirklich Flügel und trägt ihn in jedes noch so kleine Dorf. Ja. Der Film verewigt den Mythos Woodstock und lässt die Welt daran teilhaben. 1970 kommt der Film raus, also ein Jahr später. Aber bis dahin hat sich schon wieder viel geändert. So wie die öffentliche Wahrnehmung der Hippies, besonders in den USA, sich durch ein paar Anekdoten aus Woodstock wandeln konnte, so wandelt sie sich jetzt aus völlig anderen Gründen ein paar Monate später wieder. Ende 1969 werden nämlich Mitglieder der Manson Family verhaftet. Und im Juli 1970 beginnt der Prozess gegen Charles Manson und einige seiner Anhängerinnen. Die Manson Family hat mit den Ideen der Hippie-Bewegung wahrlich herzlich wenig gemeinsam. Aber rein äußerlich gibt es für das Bürgertum in den USA da keinen großen Unterschied. Und plötzlich geht die Angst vor Hippies um. Polizeigewalt gegenüber Hippies geht durch die Decke. Das ist das eine Ereignis, das Woodstock praktisch auf dem Fuße folgt. Das zweite ist das Altamont Free-Konzert, bei dem die Rolling Stones vor 300.000 Zuschauern auftreten, zusammen mit Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young und Grateful Dead. Einen Tag nach der Verhaftung Mansons übrigens. Das Konzert lief ja nun wirklich weniger gut als Woodstock. Es lief ziemlich schlimm, um genau zu sein. Ja, die Organisatoren haben die Hells Angels als Sicherheitspersonal engagiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein herber Kontrast zu den Kommunaden von der Schweinefarm. In der Tat. Die Stimmung bei dem Konzert ist angespannt. Die Hells Angels haben kräftig getrunken und denken nicht daran zu deeskalieren. Im Gegenteil, sie schubsen die Menge immer wieder gewaltsam zurück und werfen irgendwann sogar volle Bierdosen in die Menge. Eine schwangere Frau wird von einer leeren Bierflasche am Kopf getroffen und muss notoperiert werden. Als die Stones auf die Bühne kommen, mahnen sie das Publikum nicht zu schubsen, aber schon nach drei Liedern, während Sympathy for the Devil, bricht ein Kampf aus. Die Stimmung ist eigentlich nicht mehr zu retten und von jetzt an wird es nur noch schlimmer. Der Kampf wird zwar beendet, aber kurze Zeit später steigt ein Mann aus dem Publikum namens Meredith Hunter auf einen der Lautsprecher, wo sich zwei Hells Angels auf ihn stürzen, ihn schlagen und ihn in die Menge zurücktreiben. Wenig später kommt Hunter mit einem Revolver zurück. Ob er ihn abfeuert, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wird er jetzt von den Hells Angels erstochen. All das wird auf Film festgehalten, denn wie bei Woodstock wird auch hier eine Doku gedreht. Das ist jetzt ein ziemliches Desaster, eine Vollkatastrophe im Grunde. Ja, Grateful Dead weigert sich, nach all der Gewalt noch aufzutreten. Von den Gewaltausbrüchen abgesehen, werden in der Umgebung des Konzerts viele Autos gestohlen und es kommt zu enormer Sachbeschädigung. Also völlig anders als bei Woodstock und das schöne Woodstock-Image ist damit erstmal wieder dahin. Ja, und je mehr Festivals versuchen, ein zweites Woodstock zu sein, desto offensichtlicher wird es, dass das gar nicht so einfach zu machen ist. Und meistens wird es ziemlich hässlich. Ein gewisses Maß an Chaos und Dreck gehört ja auch in Woodstock zum Programm, aber ausschlaggebend ist in Woodstock die friedliche Atmosphäre. Und die will sich nicht mehr einstellen. Regelmäßig kommt es bei den Festivals der nächsten Jahre zur Gewalt. Auch in Deutschland versucht man sich übrigens an einem Woodstock-Nachfolger und zwar auf der Ostseeinsel Fehmarn. Aber auch dieser Versuch endet ziemlich desaströs. Außerdem tritt Jimi Hendrix hier zum letzten Mal auf. Zwei Wochen später stirbt er. Ursache Schlaftabletten und Alkohol. Das sind Düsteromen für eine Bewegung, die aber so einfach natürlich trotzdem nicht tot zu kriegen ist. Wir haben hier schon häufiger über die 68er-Bewegung gesprochen und werden das in Zukunft sicher auch immer mal wieder machen, weil sie einfach extrem relevant ist. Davon gehe ich aus, ja. Und ja, die Bewegung, die sich in Woodstock so eindrucksvoll gezeigt hat, ist ein, zwei Jahre nach ihrer Geburt nicht schon wieder am Ende. Sie lässt sicherlich viele, wenn nicht fast alle, ihre Utopien hinter sich, aber sie wird die Welt in eine neue Richtung lenken. Damit wollen wir die 60er für heute hinter uns lassen. Guckt euch gern mal die Doku an. Da könnt ihr euch das, was ich gerade erzählt habe, opulent illustrieren lassen. Und natürlich sind viele tolle Auftritte in voller Länge mit drauf. Die Empfehlung ist schon mal notiert. Beim Lesen habe ich übrigens Who's Next drauf und runter gehört. Das ist das Album von The Who, auf dem Baba O'Reilly drauf ist. Also Teenage Wasteland. Das ist meine persönliche Entdeckung. Auch das ist notiert. Ich höre mal rein. Und jetzt wollen wir Stefan Bergmann das Wort erteilen. Der erzählt uns jetzt, worum es im aktuellen Damalsheft geht. Wir haben uns den Großkonflikt zwischen Griechen und Persern vorgenommen, der im 5. Jahrhundert vor Christus eskalierte. Und schließlich mit dem Sieg der Griechen endete. Eine dramatische Geschichte, die aber schon gut 2500 Jahre her ist. Gibt es dazu neue Erkenntnisse? Das würde ich nicht sagen. Die Quellenlage ist, wie sie ist. Insofern sind keine überraschenden Wendungen zu erwarten. Aber es lohnt sich, diesen Konflikt näher anzuschauen und zu analysieren, was wir natürlich ausführlich tun. Denn er ist geradezu beispielhaft für den Versuch eines Imperiums, seine Einflusszone auszuweiten und bei dieser Gelegenheit weitere Völker zu unterwerfen. Das ist ja eine Konstante der Geschichte und auch in der Jetztzeit ein hochaktuelles und durchaus bedrohliches Szenario. Ganz genau. Aber wir bewegen uns in lange vergangenen Zeiten, was den Blick schärft, weil man nicht beteiligt ist. Wir können uns also zurücklehnen, der Erzählung und den Ereignissen ihren Lauf lassen. Und Schritt für Schritt erfahren wir, was diesen Konflikt charakterisierte. Erzählen Sie doch mal, was sind denn die Eckpunkte dieser Konstellation? Auf der einen Seite stehen die griechischen Stadtstaaten, in denen Bürgergemeinschaften frühdemokratisch organisiert den Kurs des Gemeinwesens bestimmen. Wie man sich vorstellen kann, geht das nicht immer schnell und einfach. Darüber hinaus sind sich die Stadtstaaten nicht automatisch gegenseitig grün. Die kriegerische Konkurrenz zwischen Sparta und Athen ist ja allgemein bekannt. Aber die Stadtstaaten, die Polleis, sind bereit, ihre Eigenständigkeit mit großem Einsatz zu verteidigen. Und in der akuten Bedrohungslage durch Persien wird ihnen immer klarer, dass sie nur bestehen können, wenn sie irgendwie zusammenhalten. Okay, das ist die eine, die griechische Seite. Was ist mit den Persern? Das ist ein Vielvölkerstaat, ein Großreich, das autokratisch regiert wird. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Die Großkönige müssen zum Beispiel immer wieder Aufstände niederschlagen und natürlich dafür sorgen, dass ihre Stellvertreter in den Regionen, die Satrapen, tatsächlich effizient und loyal arbeiten. Aber die materiellen und personellen Ressourcen des Reichs sind enorm, viel größer als das Potenzial der Griechen. Es kann also riesige Heere aufstellen und entsprechende Flotten ausrüsten. Noch ein kurzer Blick auf die Motivlage der Perser vielleicht. Warum nehmen sie die Griechen eigentlich ins Visier? Das setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Erstens ist da die Reichsideologie. Die Großkönige gehen davon aus, dass ein Leben unter persischer Herrschaft die Welt besser macht. In dieser Logik darf jeder neu unterworfene froh sein über sein Schicksal. Und der Herrscher muss und will natürlich dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen dieses Glück erfahren. Zweitens. Die Perser betrachten die Ägäis als strategische Einflusszone, die naturgemäß ihrem Reich zusteht. Und drittens. Die Athener hatten im Konflikt mit Sparta einst anfragen lassen, ob das Reich sie unterstützen würde. Das muss ein Großkönig als Unterwerfung verstehen. Bald darauf hatten sie jedoch die kleinen asiatischen Hafenstädte gegen die Perser unterstützt. Das wiederum ist Rebellion und ist aus Sicht der Perser streng zu bestrafen. Okay, verstanden. Das sieht also nicht gerade gut aus für die griechischen Stadtstaaten. Warum siegen sie am Ende dennoch? Das ist eine sehr gute Frage, auf die es aber keine eindeutige Antwort gibt. Am besten sollte, dass jeder nach Lektüre des Hefts selbst entscheiden. Vielleicht so viel. Interessanterweise sind es nicht zuletzt die harten Rückschläge, die den Widerstand stärken. Zum Beispiel der Untergang der legendären spartanischen Elitekämpfer unter Leonidas bei den Thermopylen. Der aber durch den Heldenhut der Krieger beispielhaft und anspornend wirkt. Zusammenfassend kann man sagen, für die Griechen ging es um alles, um die Existenz ihres Gemeinwesens. Für die Perser dagegen nur um eine Ausweitung ihres schon gigantisch großen Imperiums. Um Perser und Griechen geht es im aktuellen Heft. Wir würden euch gern noch auf unser Buch hinweisen, das im Herder Verlag erscheinen wird. Das heißt, was war denn da los? Spannendes und Kurioses aus der Geschichte von den Amazonen bis zur Eisern Lady. Das ist das Buch zum Podcast. Darin sind 30 unserer Artikel abgedruckt, also eine Auswahl unserer Texte aus dem damals Magazin, die in den letzten Jahren so erschienen sind. Genau. Wer also ein treuer Abonnent des Magazins ist, der kennt die Texte schon. Allen anderen möchten wir das Buch ans Herz legen. Und ein schönes Geschenk ist es natürlich auch, finde ich. Ihr könnt es schon vorbestellen, entweder bei einem weltumspannenden Unternehmen oder gerne auch im Buchhandel. Wir packen den Link in die Shownotes. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann begeben wir uns nach Afrika, nach Kenia. Bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns bei der einen oder anderen App auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden. Gut. Das war's für heute. Genau. Macht es gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020